Hallo, ich bin's wieder, Gaby Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem Short Low Impact. Wir wollen uns heute in kurzer Zeit bewegen, viel Energie verbrauchen, Fette verbrennen, Herz-Kreislauf-System trainieren und natürlich so richtig Spaß haben, hoffentlich. Und das ist auch das Wichtigste, bewege dich so wie du Lust hast. Wenn du gerne eine Bewegung etwas verändern möchtest, dann mach das. Ich mache uns Musik an und wir kommen gleich in eine kleine Grätsche. Die Knie zeigen nach außen in Richtung Fußspitzen. Lass mal ganz, ganz locker. Wichtig ist, dass die Knie immer etwas durchlässig sind. Und du lässt nur mal deine Schultern rechts, links nach hinten kreisen. Locker lassen. Atem fließt. Jawohl. Natürlich mobilisieren wir unsere Gelenke, bevor wir dann auch mit der Bewegung starten. Noch vier Stück, noch drei. Zieh die Schultern einzeln hoch, rechts, links. Jetzt kannst du auch ein bisschen deinen Oberkörper mitnehmen. Brustwirbelsäule. Beine. Hüfte. Tief schieben. Und gern auf der Fußspitze. Drehen dein Becken. Zur Seite schieben. Denk an deine Bauchspannung. Ganz wichtig. Bauchnabel sanft nach innen ziehen. Mobilisierst du Hüftgelenke, Fußgelenke, Wirbelsäule. Lass die Schultern los, mach deine Hüfte weiter. Und vielleicht kannst du jetzt dein Becken in einer liegenden Acht schwingen. Wenn nicht, ganz egal. Gleichzeitig auch Bauchtraining, spürst du? Und dann gehst du. Gehen. Gehen. Immer noch ein bisschen mit Hüfteinsatz. Arme gehen mit. Enger. Komm mal ein bisschen zusammen. Mach weiter. Mach mal weiter. Schau mal. Eins, zwei, drei. Tap. Eins, zwei, drei. Tap. Eins, zwei, drei. Tap. Mach einfach mit. Eins, zwei. Und dann gehst du am Platz. Gehen. Gehen. Gehen ein bisschen nach links. Wir machen einen Schritt nach rechts. Einen. Rechts und links. Noch zweimal. Jetzt kommst du mit zwei Schritten. Eins, zwei, ab. Eins, zwei, genau. Immer weiter bewegen. Mach einfach so weiter. Mach weiter, schau was ich mache. Eins, zwei, eins, federn. Eins, komm dazu. Einen Schritt, federn. Einen Schritt. Ist dabei. Einen Schritt. Drei. Gut. Eins. Immer so wie es für dich okay ist. Du kannst die Arme wie du willst machen. Wenn du willst, Brustbein. Oder du federst. Geht auch. Es geht alles. Marschieren. Bleib da. Ganz locker gehen. Es wird etwas schneller. Du bleibst in Bewegung. Gehst natürlich am Platz. Weiter, weiter. Genau. Tempo. Jetzt darfst du die Knie höher ziehen. Öffnen die Beine. Natürlich geht das immer mit Hüfteinsatz. Verlagern mal nach rechts und links. Jetzt darf dein Oberkörper auch ein bisschen vorgehen. Und noch einmal gehen. Hier. Hier bleiben. Mit Hüfteinsatz. Weiter gehen. Spannung im Bauch. Bist du bereit? Side-to-Side. Aber jetzt geht's nach links los. Und die Arme mit. Jetzt kommst du genauso nach vorne, vor, zurück, zurück, schau mal, nach vorne, zurückgehen, nach vorne, zurück, klappt? Und nochmal, letztes Mal, zurück, drei, zwei, bleib da, links gehen und links geht jetzt vor und rechts, schau mal, tap, 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 tap. Hüfte darf mitgehen, Hüfte, Hüfte, Hüfte. Zwei Mal, eins, 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 tap, 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 eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Einfach dreimal vorne tippen. Nochmal. Wird es heiß. Probier es. Jede Seite noch einmal. Und gehen. Vielleicht kennst du, ein Mambo. Ist nur Schritt vor und rück. Mambo. Versuchen wir es mal mit links. Mambo. 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 Das kann auch so sein. Oder so ein bisschen weicher. Und mehr in die Ecke. Nach vorne. Wechseln. In die Ecke. Wechseln. 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 Einmal. Einmal. Wenn du willst. Geht auch so. Wenn du willst. Cha-cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Klappt. Klappt. Und wieder. Noch vier, drei, wir bleiben bei dem Cha-Cha, bleib hier, enger. Ganz kleine Schnelle, gib Gas, lass den Puls noch mal etwas hoch. Tempo, drei nach, zwei nach und gehen. Puls nach unten lassen. Und dann tippst du nach vorne nochmal. Rechts, links, ganzer Fuß, tap, 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 Arme. Und dann nimmst du einfach zurück. Und auch da kannst du die Hüfte mitnehmen. Und dann nimmst du einfach zurück. Rechts vorne halten. Komm ein bisschen tiefer. Ganz geraden Rücken. Noch eine Etage tiefer. Schau mal die Fußspitze. Gewicht ist hinten. Halte die Fußspitze angezogen. Komm tiefer. Dehn deine Waden. Komm hoch. Wechseln. Fußspitze. Fußspitze. Halte. Ziehen. Oberkörper tiefer. Noch ein Stück. Rück. Füße parallel. Rücken rund. Rund. Gerade. Gerade. Und rund. Aufrollen. Nach oben kommen. Aufrichten. Einatmen. Arme hoch. Fleißig. Ausatmen. Noch mal locker. Tief einatmen. Nach oben. Und aus. Und ein. Öffne deine Arme. Zieh deine Ellbogen zurück. Stolz und aufrecht. Mir ist warm. Ich hoffe dir ist auch warm geworden. Ein und ausatmen. Entspannen. Vielen Dank für das mitbewegen. Vielen Dank für das mitbewegen. Ich hoffe dir hat es gefallen. Ich hoffe dir ist warm geworden. Gerne unten kommentieren wie es dir jetzt so geht. Wenn du Lust hast. Wenn du Lust hast. Gefällt mir drücken. Und wenn du möchtest. Vielen Dank. Könntest du auch meine Arbeit wertschätzen. Unter dem Video ist der Link zu Steady. Deine Unterstützung. Schau einfach mal rein. Monatlich zum Beispiel 2,50 Euro. Könntest du das tun. Ich freue mich aber auch. Wenn du ganz einfach so beim nächsten Mal dabei bist. Vielleicht lässt du dir noch Freunde, Freundinnen ein sich mit zu bewegen. Wenn du Lust auf Dance hast. Dann gib mal die Suchzeile von YouTube. Gabi Fastener und Dance ein. Dann findest du noch viel mehr Videos. Die dir Spaß machen könnten. Wenn du Lust auf Cardio Training hast. Dann schau in die Playlist auf meinem YouTube Kanal. Cardio heißt die. Einfach mal drauf schauen. Da findest du viele andere Videos noch. Oder wir sehen uns bei meinem nächsten gemeinsamen Workout. Ich freue mich schon. Bis dann.